Die Berichtssaison hat am Aktienmarkt für gute Stimmung gesorgt. Der DAX schloss mit einem satten Plus. New York. Aktuellen Zahlen der UNO zufolge stirbt alle 6 Sekunden ein Kind an Unterernährung. Alle 6 Sekunden. Während der 20-Uhr-Nachrichten zwischen Innen- und Außenpolitik steht sie auf, die Nachrichtensprecherin, und verlässt ohne Kommentar das Studio im Flug und sterngeleitet. Soeben hat sie beschlossen, ein ganzes Jahrhundert lang zu schweigen. Vielen Dank. Vielen Dank.